Fußball war schon immer Teil meines Lebens und auch der Mannschaftssport, glaube ich, hilft einem fürs Leben auch sehr, sehr viele Erfahrungen zu machen. Der Fußball hat mich auch zum Beispiel nach Amerika gebracht, wo ich vier unfassbar schöne Jahre hatte und das werde ich auch nie vergessen. Und der Fußball ist in dem Sinne auch der Türöffner für ganz viel in meinem Leben gewesen und wird deswegen auch immer Teil von meinem Leben bleiben. Ich bin Janduka Ahillen, bin 26 Jahre. Vor anderthalb Jahren bin ich im internationalen Vertrieb angefangen und da waren meine Aufgaben speziell im Bereich Frankreich, Belgien, Luxemburg, so ein bisschen den Markt mit aufzubauen auch und die Außendienste vor Ort zu begleiten und zu unterstützen und quasi die Schnittstelle zwischen den einzelnen Ländern und dem Hauptsitz Haaren herzustellen. Wir haben ungefähr 30 Leute, wir betreuen die Kunden europaweit, haben Außenstellen in Dänemark, Frankreich, Belgien, Österreich, Schweiz und das kommt eigentlich jedes Jahr quasi ein neues Land dazu. Seit Januar 2022 bin ich im Team Data Center und wir betreuen alle großen internationalen Kunden, die Rechencenter bauen und das geht auch wirklich in ganz Europa. Also das geht über Dänemark, Belgien, Österreich, auch teilweise in Deutschland und da mache ich das Projektmanagement. Ich betreue die Firmen und die Kunden mit Ausarbeitung von Anlagen, mit Vorbereitungen, mit der Projektleitung auch vor Ort auf der Baustelle und dadurch ist man auch viel unterwegs, aber das ist auch das Schöne, das habe ich mir auch so gewünscht und nur im Büro sitzen könnte ich auch nicht, deswegen bin ich sehr froh, dass ich da auch öfter mal raus kann und auch die Zeit auf der Baustelle genießen kann. Ich bin ungefähr mit dreieinhalb Jahren angefangen Fußball zu spielen, da war der Ball fast noch größer als ich, habe dann bis zur D-Jugend in dem SV Eintracht Bersen gespielt, bin dann in der D-Jugend zum SV Meppen gewechselt, wo ich auch zehn Jahre Fußball gespielt habe, davon auch zwei Jahre bei den ersten Herren in der Regionalliga, bin dann nach meiner Zeit bei Meppen in die USA gegangen, habe dort mit einem Fußballstipendium zwei Jahre in North Carolina Fußball gespielt und dann zwei Jahre in Florida und bin dann nach meiner Zeit in Amerika zurück nach Deutschland gekommen und bin beim SC Spelle Fan House hier in der Oberliga neu angefangen. Bei Spelle spiele ich im zentralen defensive Mittelfeld, das ist auch die Position, die ich eigentlich mein Leben lang schon gespielt habe, dort fühle ich mich am wohlsten, dort hat man sehr viel mit dem Spiel zu tun, ist quasi die Schnittstelle zwischen Angriff und Verteidigung, man kann viel im Spiel auch kontrollieren und managen und das gefällt mir eigentlich sehr gut, dass man viel Einfluss aufs Spiel hat und damit auch viel im Spiel mitgestalten kann. Ja, ich habe dann 2020 mein Masterstudium beendet in Florida, habe dann mich auch in Amerika und Deutschland auf Jobs beworben, weil ich nicht genau wusste, okay, wie sieht der Jobmarkt momentan aus. Meine Eltern haben mir damals tatsächlich empfohlen, mich mal bei ELA zu bewerben. Ich kannte ELA natürlich vorher schon, vom Namen her, mir war aber nicht bewusst, was für ein großes Unternehmen das ist und was man auch hier für Möglichkeiten hat und habe mich dann initiativ bei ELA beworben, weil in den Stellenausschreibungen keine passende Position war. Und dann hat sich nach dem ersten Vorstellungsgespräch quasi schnell herauskristallisiert, dass der internationale Vertrieb eigentlich genau das ist, was ich machen will und das hat dann auch super gepasst. Direkt bei meinem ersten Bewerbungsgespräch habe ich schon gemerkt, was ELA für eine Unternehmenskultur hat. Das fing alles an mit Moin, wie geht's? Und da habe ich schon direkt gesagt, okay, das passt. Ja, von Florida zurück ins Emsland ist natürlich schon ein großer Kontrast, gerade auch was das Wetter angeht. Aber allgemein bin ich froh, wieder hier zu sein und dadurch, dass sich das auch mit Fußball und Arbeit jetzt super verbinden lässt, bin ich auch einfach glücklich, dass ich den Weg so eingeschlagen habe. Ja.